Hallo, willkommen zur Programmierung mit JavaScript. Vielleicht denkst du, dass das jetzt ein großer Schritt wird, mit dem Programmieren anzufangen. Aber das ist nicht so. Wir werden heute sehen, dass das eigentlich relativ einfach ist. Zunächst ist es mal wichtig zu wissen, dass der Computer eigentlich ziemlich dumm ist. Das heißt, er kann nur Dinge machen, die ihm vorher gesagt werden. Er kann sich nichts Eigenes einfallen lassen. Das ist mit dem Programm so, was du da vor dir siehst, also diese drehende Spirale. Das ist aber auch mit Videospielen so oder mit Webseiten oder mit Computerprogrammen allgemein. Da sind immer Programmierer oder Programmiererinnen dahinter, die genau diese Befehle eingeben, die der Computer ausführt. Und wie sieht das jetzt aus? Also wie sehen solche Befehle jetzt aus? Und wie kann man die ändern? Was kann man da machen? Das wollen wir jetzt anschauen. Zunächst einmal ist hier auf der rechten Seite dieser Canvas. Es ist ja vieles Englisch in dem Bereich. Das ist die sogenannte Leinwand. Da spielt sich alles das ab, was der Computer macht. Und auf der linken Seite, da ist der Editor. Das ist ein Fenster, in dem man Dinge ändern kann. Also ich kann hier einfach was reinschreiben, was ich will. Das sind die ganzen Befehle, die der Computer liest, jetzt reinach, wie wir das auch lesen, um das hier zu machen. Und das ist zum Beispiel ein Befehl, no stroke, dann eine Klammer auf, Klammer zu und ein Strichpunkt. Dieser Strichpunkt, das sagt dem Computer, hier ist der Befehl zu Ende und ein neuer Befehl fängt an. Das heißt, ihr seht überall diese Strichpunkte. Es sind auch unterschiedliche Befehle. Hier ist zum Beispiel keine Klammer. Dann gibt es aber auch Befehle, die gar keinen Strichpunkt hinten haben. Zum Beispiel diese Vorschleife, die hat keinen Strichpunkt. Da werden wir noch drauf zurückkommen, was das ist. Das Schöne jetzt an der Khan Academy Umgebung ist, dass man Dinge einfach ändern kann, während das Programm läuft. Ich kann zum Beispiel auf so eine blaue Zahl klicken und dann geht so ein Schieberegler auf und den kann ich jetzt mal nach links gehen. Da steht jetzt 100 und hier sind es wesentlich weniger Punkte geworden. Ich kann das auch zeigen, dass das genau 100 Punkte sind. Ich behaupte das jetzt mal, aber ich gehe jetzt mal und mache da nur noch 7 Punkte und dann könnt ihr ganz zu schnell zählen. Und das sind genau 7 Punkte. Du kannst auch diese Zahl direkt ändern. Wenn man sich dann einmal vertippt, dann sind das gleich ganz viele. Dann kommt er fast nicht mehr zurück zur Rande, weil das so viele sind. Man muss manchmal neu starten, damit das geht. Ja, nach einer Weile kommt er dann wieder. Jetzt hat er die ganze Zeit überlegt, was er machen kann mit diesen 22.000 Punkten. Das hat eine Weile gedauert. Okay, es gibt auch Zahlen, wo kein Schieberegler aufgeht, sondern so eine Farbfläche. Das sind dann immer drei Zahlen zusammen und die ändern sich dann auch. Also wenn ich jetzt hier klicke, ändert sich die Farbe, eine von den Farben, die in dem Fall diese kleinen Punkte, die sich drehen, kann eine Farbe auswählen. Und jedes Mal, wenn ich hier eine andere Farbe wähle, ändern sich alle drei Zahlen, wie ihr seht. Das heißt also, es sind drei Zahlen, die man braucht, um eine Farbe darzustellen. Da kommen wir auch noch darauf zurück, wie das ist. Dann gibt es hier diese grünen Zeilen. Das sind sogenannte Kommentarzeilen. Die beginnen immer mit so zwei Schrägstrichen. Und das sind Zeilen, die der Computer komplett ignoriert. Das heißt, da liest er gerade drüber hinweg. Da kannst du reinschreiben, was du reinschreiben willst. Das ist dafür da, dass du dir merken, dass du da einen Hinweis drüber schreiben kannst, was du da machst oder irgendwelche Kommentare, irgendwelche Dinge, die du dir merken willst. Aber auch für andere, die später dieses Programm anschauen, was du gemacht hast, dass die wissen, was du hier gedacht hast noch extra. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Kommentare wegnehme, dann versucht der Computer, das als Befehl zu interpretieren. Gleich dieses erste Wort. Und das kennt er nicht und deswegen kommt so eine freundliche Fehlermeldung. Oh no, die ist not defined. Das heißt, dieses die, das ist genau dieses die, was er hier nicht versteht. Vielleicht hat er auch das Problem damit, dass die auf Englisch die heißt und er wollte nicht sterben, möglicherweise. Okay, aber ich kann das einfach reparieren, indem ich wieder zwei Schrägstriche davor mache und dann läuft das Programm weiter. Was auch ganz nützlich ist manchmal ist, wenn ich eine Befehlszeile, also wo ein tatsächlicher Befehl ist, zu einer Kommentarzeile umwandle. Und zwar wird sie dann aus dem Programm rausgenommen. Das heißt, der Computer führt sie nicht mehr aus. Und hier in diesem Fall haben wir genau diese Zeile erwischt, die für die Bewegung von den Punkten zuständig war. Das heißt also, wenn ich jetzt hier das wieder weg mache, dann bewegt sich das, mache ich es wieder hin, dann bleibt das stehen. Aha, schon was gefunden. Das heißt also, da ist was. Und ich kann jetzt sicher, dann weiß ich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel was anderes eingebe, aha, das wird jetzt viel schneller. Wenn ich das mache, kann ich damit rumspielen, wie das geht. Okay, und das ist auch das, was ich dir raten möchte oder dich und dich auffordern möchte, dass du hier möglichst viel änderst, ausprobierst und schaust, wie das alles funktioniert. Du kannst nichts kaputt machen. Du kannst nur immer mehr herausfinden, was du mit diesem Programm alles machen kannst. Und wenn du was Schönes gefunden hast, wenn du kannst den Radius zum Beispiel vergrößern oder die ganzen Farben ändern, die Hintergrundfarbe und so weiter. Und wenn du eine schöne Kombination gefunden hast, dann kannst du das am Ende abspeichern unter einem neuen Namen, neue Galaxie. Und dann hast du es für dich, für später. Können aber auch andere reinschauen oder ich kann reinschauen.